Alte Rache, what the fuck, was ne kranke Scheiße, äh, übel, richtig übel, ohne Witz. Alter. Alter. nicht nur der Weg hinter uns vor uns ist lang auch der Weg hinter uns war schon sehr lang jetzt sind wir von da gekommen das wird dieses Mistvieh bereuen haben sie Jen nur angetan eine kranke verdammt kranke Scheiße ist das hier diese Prüfung haben wir bereits bestanden wenn jetzt zur letzten zur dritten Prüfung gehen um das müsste so bereuen aber wie dann muss ich wieder zurück ich habe jetzt einfach wieder zurück oder macht er die Türen nicht immer damit zu schweißer Das war's für heute. Oh Mistvieh. Ihr habt ja nichts verloren. Das ist eine heilige Welt. Ihr seid die Letzten, die sich hier aufhalten dürfen. Boah. Verschwindet. Haut ab hier. Ihr Mistviehscher. Scheiße. Oh Gott, da kommen noch mehr. Nein. 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 Doch, du hässliche Fotze. Wir werden dir sowas von den Arsch aufreißen. Aber da kannst du dir sicher sein. Zwei rote. Ja. Blau. Ah, fuck. Ein blaues Portal? Die machen doch sonst eigentlich immer nur Orangene, oder? War schon. Und jetzt bist du dran. Na, noch jemand? Munition. Mistfischer, Scheiße, Chen. Auge um Auge. Auge in Auge? Klingt irgendwie ein bisschen verkehrt. Kann das sein? Was guckst du? Ja. Was guckst du? Ja. Ja. Aber wie gefällt es auf allen Vieren hier? Sie haben die Geisterwelt im Blick. Wo denn? Wo können wir... Scheiße. Komm, komm, komm schon. Fuck! Go to hell, you bastard! What? Nein! Komm schon, komm schon, komm schon! Nein! Oh Mist viel! Weg mit dir! Sterbt! Alle! Was los? Hat Mutti Angst oder was? Oder warum schickt ihr euch alle? Nein! Wo ist denn das zum Vollsaugen? Woaah! wir sind gleich wieder dauernd da warte was gefunden hat man was gesehen noch leben oh mein Gott übel meine Güte hier ist ein Portal aber wir sammeln erstmal ein hier liegt eine Menge Zeug rum hier hab ich den nicht gesehen in weil er natürlich gebrauchen können und dann gehört nur ein bisschen Munition in einer Stoff von sein gesehen können alle hier auf unsere Welt oder in unsere Geisterwelt ganz kurz Atempause und was trinken noch Möglichkeit kurz so was ist das? ist das so eine Art Energiekern können wir es nicht lesen ein Studium weg Knöpfchen kann man speichern Warnsystem deaktiviert okay Quatschehändchen muss da langsam stinken das Ding haben wir doch schon seit Tagen dabei wir haben uns ja langkämpfen wo ich dachte ich fahre jetzt einfach runter wo war wo was ich hoffe auch ich hoffe auch sehr heiße wie gesagt das Level Design echt absoluter Spitzenklasse hier sind du von mir kommt auch ab nur genau so und ein Kampf auf den anderen gibt es schon wieder Munition und Patenten so feige sau was wie viele denn noch damit habt ihr nicht gerechnet hä da guckt der blöde was gibt es noch ein paar Leben nur das Zeug holen hier zack hier noch ein Kontroll Paneel so und speichern nur mal schauen lohnt sich das die aufzuladen ja aber das glaube Eis was wir haben aber doch dort ist der Elektroschock das kann ich wie viele verschiedene Munitionsarten jetzt für die Waffe hier gibt und schon einige oder das hat nur was ein dämliches Rätsel na gut egal oh ich habe drüben glaube ich nicht gedrückt oder na man 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 jetzt wächter zeigt dich was denn hello hello Hallo! Ich bin ein Wettbewerb, wir haben deine wille, als wir ein tausend andere haben. Wir begannen eine organische Leben. Wir kommen zurück, um unsere Harvest zu erwarten, als diese Leben hat Ripe. Nein. Ich bin ein Wettbewerb der Cherokee Nation. Ich bin ein Wettbewerb, niemand hat mich. Cherokee, ich verstehe diese Wettbewerb. Sein Wettbewerb ist das, was dich von den anderen separiert. Das ist deshalb, dass du dich verletzt hast. Wir werden deine Kraft und Wettbewerb für unsere. Du werden wie wir. Du werden... Nichts wirst du tun, Junge. Nichts! Deine kleinen Hansel hier, die kannst du klein behalten. Hä? Ich zeig dir, was ich von deinen Hanseln halte. Komm mal runter und kämpfe gefälligst selber. Na, das ist das! ET. Laulter! Na! Down! Vorbödr! Das sieht man halt mal was mehr aus. Du spinnst, Boah! Ja Alter Ey, nicht durch die Balken schießen Das zählt nicht Na, hast du noch was? Oh, blöde Frage Nächste Frage Ich hab gleich keine Munizierung mehr Oh, fuck, scheiße Oh Nein Verdammt Keinen Runden mehr? Noch da Komm, 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 komm Verdammt Nein, gib mir rot Gib mir rot Ah Ah Hieber, hey, jetzt kommst du zu sein Ohr Ohr Ah, verdammt Ohr Soll schon Störb Gleich keine Munition für Nichtwerte zum Verleben Ohr Strahlt Was, drei Ja, komm, übertreibst du ein bisschen mehr, Junge Du Mist Geburt Bin die Dinger wieder voll? Pff, schau Komm schon Komm schon Komm schon Das klappt aber auch bloß du Komm, komm, zeig dich What? Oh, was, 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 was? Gut Jetzt zieht ihr uns aus dem Schlachtfeld, schmeißen uns hier irgendwo in so einen Raum rein Boah, dankeschön Das ist übrigens Karl Und das ist Paul, die Kugel Reicht jetzt Wirklich Ach, komm schon Ja, gleich zwei Nein Wundern Ach, ach, ach Ich sehe es Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ein Guck so blöd, komm Jetzt ein bisschen dran sind es drei scheiße kommt nicht in deckung wird die scheiße liegt im weg um ein paar leben hallo leger die grillter keeper so gefällt er mir am besten die dinge waren wieder voll das ist ja schön dürfen nicht vergessen schweiß hier müller durch die gegend meine güte was für umweltverschmutzer und dann was hätte ich mit denen hätte machen können oder sollten die die auf mich schmeißen mit der explodieren doch oder wer geht speichern aber nächsten raum das gefühl werden noch mehr kumpel treffen munition ach komm schon schon keep allein und dann wo bist du aber hängig stehen die schon wieder fest er muss das aufladeteil er muss das aufladeteil nur das was anderes Sätze schon keep allein kann er immer einer nach dem anderen hier nicht vordrängeln du bist du zeig dich wenn du dich getraust mit dem fall machen wir haben schon beide erwischt meine güte er herkommen wer hätte denn damit gerechnet er hätte nie gedacht dass wir drunter gehen und schuld mehr nicht mit mir hier oben gab es ein paar Leben noch besser die nächsten bitte wir sind immer noch auf dem Kopf aber das soll uns egal sein um er gibt allein über soll das denn das ist aufladen Ding oder zu beschädigen da und gegen die Wand geschossen war war ein Leser Euro Euro was halten die denn aus was ist da nicht wahr war heißt da ein Müll hallo das ist so widerlich so zu kämpfen das geht auf die Augen und das wird zuschauen nicht genau so schlimm war am Mann 9 und blau 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 rot ich brauche rot bin rot okay bastarde hey boah krass okay das war vielleicht nicht so eine gute Idee was sie wie wird denn dann die Mutter dass sie Keeper sind weil so viele oder Wächter besser gesagt war ja nirgendwo haben wir die Bauten ich leute jetzt erst mal meine Waffe auf boah hier kommt ein Laser was ist los Keeperlein ich bin Bock mehr oder was feuchling kurz auf dem hier 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 das nenne ich mal Kampf ne wut waat 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 nicht wahr oder Scheiße